Arbeiten Was machen Sie beruflich? Mein Mann ist Arzt von Beruf. Ich arbeite halbtags als Krankenschwester. Bald bekommen wir Rente. Aber die Steuern sind hoch. Und die Krankenversicherung ist hoch. Was willst du einmal werden? Ich möchte Ingenieur werden. Ich will an der Universität studieren. Ich will an der Universität studieren. Ich bin Praktikant. Ich verdiene nicht viel. Ich mache ein Praktikum im Ausland. Das ist mein Chef. Das ist mein Chef. Ich habe nette Kollegen. Mittags gehen wir immer in die Kantine. Mittags gehen wir immer in die Kantine. Ich suche eine Stelle. Ich bin schon ein Jahr arbeitslos. Ich bin schon ein Jahr arbeitslos. In diesem Land gibt es zu viele Arbeitslose. in diesem Land gibt es zu viele Arbeitslose. Ich bin froh. Arbeit. Arbeiten. Was machen Sie beruflich? Mein Mann ist Arzt von Beruf. Mein Mann ist Arzt von Beruf. Ich arbeite halbtags als Krankenschwester. Bald bekommen wir Rente. Bald bekommen wir Rente. Aber die Steuern sind hoch. Aber die Steuern sind hoch. Und die Krankenversicherung ist hoch. Und die Krankenversicherung ist hoch. Was willst du einmal werden? Was willst du einmal werden? Ich möchte Ingenieur werden. Ich will an der Universität studieren. Ich will an der Universität studieren. Ich bin Praktikant. Ich bin Praktikant. Ich mache ein Praktikum im Ausland. Ich mache ein Praktikum im Ausland. Das ist mein Chef. Das ist mein Chef. Das ist mein Chef. Mittags gehen wir immer in die Kantine. Mittags gehen wir immer in die Kantine. Ich arbeite. Ich arbeite. Ich suche eine Stelle. Ich bin schon ein Jahr arbeitslos. In diesem Land gibt es zu viele Arbeitslose. In diesem Land gibt es zu viele Arbeitslose. Und die Krankenversicherung ist hoch. Ich mache ein Praktikum im Ausland. Mein Mann ist Arzt von Beruf. Mittags gehen wir immer in die Kantine. Ich mache ein Praktikum im Ausland. Ich will an der Universität studieren. Arbeiten. Bald bekommen wir Rente. Ich bin Praktikant. Ich bin schon ein Jahr arbeitslos. Ich arbeite halbtags als Krankenschwester. Ich bin Praktikant. Das ist mein Chef. Aber die Steuern sind hoch. Ich bin Praktikant. Ich bin Praktikant. Ich bin Praktikant. Ich verdiene nicht viel Aber die Steuern sind hoch Ich will an der Universität studieren Mittags gehen wir immer in die Kantine Was machen Sie beruflich? Was willst du einmal werden? Was machen Sie beruflich? Das ist mein Chef Mein Mann ist Arzt von Beruf Was willst du einmal werden? Ich suche eine Stelle Ich habe nette Kollegen Und die Krankenversicherung ist hoch In diesem Land gibt es zu viele Arbeitslose Bald bekommen wir Rente Ich verdiene nicht viel Ich suche eine Stelle Ich möchte Ingenieur werden Dann Untertitelung des ZDF, 2020